Untertitelung des ZDF, 2020 Ups, aus! Hat sich die Eisprinzessin verletzt? Wahrscheinlich wird sie gleich weinen wie ein Baby. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Schöne Schlittschuhe bringen, Schlange! Habt ihr nicht gehört, was sie gesagt hat? Ant Boy! Auf ihn! Gute Reise, Eisprinzessin! Ich glaube, die Brille gehört dir. Ich glaube, die Brille gehört dir. Wie heißt du? Maria? Geht es dir gut, Maria? Mhm. Ant Boy glaubt, niemand kann ihn aufhalten. Du hast ja eine Verabredung mit Ant Boy. Dass er sich alles erlauben kann. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass er kommt. Dass kein Bösewicht zu stark für ihn ist. Damit ist jetzt Schluss. Ich war unsichtbar für Ant Boy. Was ist eine Furie? In der römischen Mythologie ist sie die Rache-Göttin. Ich werde Ihnen zeigen, wie unsichtbar ich sein kann. Ant Boy wird dafür bezahlen, was er mir angetan hat. Und ihr werdet mir dabei helfen. Bist du. Er wird es nicht kommen sehen. Gib auf, Ant Boy. Du hast keine Chance. Ich bin sicher. Die Rache-Göttin Untertitelung des ZDF, 2020